Hallo, mein Name ist Thomas Koch von der Firma SRL AG in Büttingen. Ich freue mich auf das diesjährige Innovationsforum in Tuttlingen, um Ihnen unsere SRL-Kompetenz in der perfekten Oberfläche in der Medizintechnik präsentieren zu können. Sie finden uns im Hausenzelt, Stand C2. Ich freue mich sehr, Sie am 21. Oktober in Tuttlingen begrüßen zu dürfen.